Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute hier bei der 20-Jahr-Feier von PRD dabei sein zu dürfen, um etwas über mein Leben ohne und mit Lauke erzählen zu dürfen. Ich möchte mich erst mal kurz vorstellen. Mein Name ist Gabi Radat, bin 48 Jahre alt, ich wohne in Mainz in einer eigenen Wohnung. Ich bin seit meiner Geburt durch Sauerstoff-Mangel-Spaßdikerin. Ein paar Monate nach meiner Geburt haben die Ärzte gemerkt, dass ich behindert bin. Ich wurde auch auf eine mögliche geistige Behinderung untersucht. Es war nicht so leicht, das herauszufinden. Ich war früher auch bei meinen Großeltern. Sie haben mich gefördert. Ich durfte alles machen, was ich konnte. Mein Opa hat mir meinen ersten Rollstuhl gemacht, wo ich mich mit meinen Füßen fortbewegen konnte. Er hat mir auch Bildkarten gemacht. Mit den Karten konnte ich zeigen, was ich haben wollte. Meine Großeltern haben schnell gemerkt, dass ich alles verstehe. Mit drei oder vier Jahren kam ich in den Kindergarten in Düsseldorf. Da war ich drei Jahre. Dann wurde ich getestet, ob ich in die Schule kann. Da stellten sich die Fragen. Wohin soll ich? Was ist gut für mich? Ich bin dann nach Aachen in einem internen Ort mit einer Schule dran gekommen. Da kam ich erst mal in die Vorschule. Sie haben mich erst mal geprüft, ob ich was lernen kann. Ich war da ein oder zwei Jahre. Da kam ich in eine Klasse, in der nur Sprachbehinderte waren. Wir hatten jeden Tag Sprachtherapie. Wir haben auch Lesen, Schreiben und Rechnungen gelernt. Auch hier gab es wieder Fragen. Wie kann ich schreiben? Wie kann ich mich bestätig machen? Da habe ich einen Kopfschreiber und eine Schreibmaschine bekommen. Ich konnte dann schreiben. Es war nicht so leicht, aber ich konnte mich bestätig machen. Sie haben mir noch eine Schreibmaschine mit Scanning-System gekauft. Das ging leichter für mich. So habe ich Schreiben gelernt. Ich habe drei Geschichten erfunden und geschrieben. Dann habe ich einen kleinen Kommunikator bekommen. Damit konnte ich schreiben. Er war noch mit einer kleinen Rolle Papier gefüllt. Immer wenn ich was sagen wollte, kam ein kleiner Streifen Papier mit dem Text raus. Und dann konnte man es lesen, was ich sagen wollte. Das habe ich mit meinem Kopfschreiber gemacht. Es war mühsam, aber ich konnte mich bestätig machen. Als dieser Kommunikator leer oder kaputt war, bin ich oft in mein Zimmer gefahren, wo meine Schreibmaschine gestanden hat. Dann habe ich es aufgeschrieben, was ich sagen wollte. So habe ich auch viele Briefe geschrieben. Ich hatte diesen kleinen Kommunikator, aber sehr lang gehabt. Ich konnte nicht mehr mit meinem Kopfschreiber schreiben, weil ich in meinem Nacken solche Schmerzen bekommen habe. Ich möchte dazu sagen, meine frühere Erzieherin, die heute meine Freundin ist, dass sie mich jeden Tag an die Schreibmaschine gesetzt hat. Auch wenn ich keine Lust hatte und ich musste schreiben. Ohne sie hätte ich nicht so gut schreiben gelernt. Was kam danach? Man hat mit mir sehr viele Talker ausprobiert, aber irgendwie war nie der richtige Talker dabei. Entweder musste man den Talker besprechen. Dann konnte ich nur die Worte oder die Sätze sagen, was man mir in den Talker gespeichert hat. Und ich glaube, das konnte ich noch nicht mal selbst bedienen. Dann hatte ich noch andere Talker gehabt. Die waren auch nicht so gut für mich. Denn was bringt mir ein Talker, wenn ich nicht selbst schreiben kann? Nämlich überhaupt nichts. Ja, ich konnte mich jahrelang nicht richtig verständigen. Ich hatte zwar selbstgemachte Buchstaben und Tafeln. Aber die konnte ich auch nicht selbst bedienen. Also, das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, wie bin ich zur unterstützten Kommunikation und so dringend gewohnlich gekommen? Das war so. Ich war im Sommer 98 für fünf Wochen zur Kur. Dort habe ich auch Sprachtherapie gehabt. Einen Tag bevor ich nach Hause konnte, hat die Sprachtherapie gesagt, Morgen kommt Herr Böden und er zeigt an den Deltatauker, ob ich Lust hätte, mir es mal anzusehen. Ich habe gesagt, ja, ich kann mir es mal ansehen. Vielleicht ist der Deltatauker was für mich. Am nächsten Tag ist Herr Böden gekommen und er hat den Deltatauker gezeigt. Ich durfte ihn auch ausprobieren. Ich hatte das erste Mal nach Jahren an Ersuche. Das Gefühl dieser Deltatauker ist was für mich. Denn ich konnte bald selbst mit dem Deltatauker was schreiben. Und dieser Deltatauker hat mir gleich zugesagt. Ich habe es auch schnell verstanden, wie der Deltatauker funktioniert. Als ich zu Hause war, habe ich dann diesen Deltatauker beantragt. Nach vier Monaten habe ich eine Zusage bekommen, dass der Deltatauker genehmigt ist. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Nach langem Ausprobieren, womit ich diesen Deltatauker bedienen konnte, bin ich auf mein rechtes Bann gekommen. Das Bann kann ich kontrolliert bewegen. Plötzlich konnte ich mich selbst mit jemandem unterhalten. Die erste Zeit war es schon ein komisches Gefühl. Denn ich war es gewohnt, dass andere für mich gesprochen haben. Es hat etwas gedauert, bis ich mich getraut habe, andere Leute anzusprechen. Aber es ging nach einer Zeit immer besser. Und ich bin sehr froh, dass ich mich selbstverständlich machen kann. Ich kann alles sagen, was ich möchte. Auch wenn manchmal die Leute so blöd gucken, wenn ich was sage. Denn manchmal raffen sie es nicht, woher diese Stimme kommt. Sie denken, es kommt aus einem Lautsprecher. Das ist schon manchmal lustig. Bis heute habe ich schon meinen dritten Deltatauker. Und jetzt habe ich den Deltatauker mit 1. Ich schreibe jetzt mit meinen Augen. Es geht schneller als vorher. Seit ich einen dritten Deltatauker habe, bin ich selbst bewusster geworden. Ich habe von 2003 bis 2008 eine Ausbildung zur Choreferentin gemacht. Wir waren zwölf Leute, denn wir können über unterstützte Kommunikation besser sprechen als andere. Weil wir es selbst Tag für Tag erleben, was es heißt, nicht sprechen zu können. Ich halte Vorträge über mein Leben, über meine Kommunikationshilfe und Kommunikation, über mein Brunnen und so weiter. Ich habe vor zwölf Jahren nicht gedacht, dass ich mal Vorträge halten werde. Wenn mich heute jemand fragen würde, ob ich mir vorstellen könnte, ohne Kommunikationshilfe zu leben, sage ich dann, nein, ich könnte mir es nicht mehr vorstellen, ohne Kommunikationshilfe zu leben, weil ich mit dem Deltatauker alles mache. Ohne Deltatauker könnte ich meine Kontakte nicht pflegen. Ich könnte mich nicht mit meinen Freunden im Internet treffen, um zu chatten, mich nicht mit Fremden unterhalten, wenn ich unterwegs bin. Nicht selbst etwas einkaufen gehen. Ich helfe auch auf dem Messer Amstein von Print-Kronik. Das macht mir sehr viel Spaß. Dann kann ich zeigen, dass unterstützte Kommunikation sehr wichtig ist. Ich halte sehr gerne Vorträge, wenn ich einen Vortrag schreiben muss. Es kostet mich zwar viel Zeit, die richtig zu formulieren, sodass es sich gut anhört. Aber ich bin immer froh, wenn ich wieder einen Vortrag beschrieben habe. Das Highlight ist einmal im Jahr des Benutzungtreffens unterstützte Kommunikation. Ich habe seit 2007 mit einem Freund die Leitung von den Kommunikationsassistenten übernommen. Die Kommunikationsassistenten haben die Aufgabe, einem Unterstützsprechenden das ganze Pfingstwochlingende zu begleiten. Meine Aufgaben sind, die Kommunikationsassistenten zu finden, dann eine Adresseliste zu erstellen, um die Anteilung der K-Assistenten zu unterstützen und die Gesprächsführung mit dem Vortrag zusammen, die Kommunikationsassistenten das ganze Pfingstwochlingende zu begleiten. Ich bin dann auch eine Kommunikationsassistentin für die Wanden. Und es macht mir sehr viel Spaß, diese Aufgabe zu haben. Also, ich bin sehr froh, dass ich 1998 den Martin Grün kennengelernt habe. So, das war es erst mal von mir, was ich Ihnen von mir erzählen möchte. Ich hoffe, mein Vortrag hat Ihnen gefallen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gerne zu mir kommen. Ich bin noch hier. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.